Alles klar, wieder im grünen Sessel, wieder entspannt für heute das Spiel gegen Nordirland. Müssen wir gewinnen, eins gewonnen, eins unentschieden, wäre schon wichtig. Wir müssen heute gewinnen. Wir haben hier, zumindest bei uns, Fritz-Walter-Wetter und Fritz war hier abergläubig, dann war es hier ganz wichtig, dass es an dem Spieltag gegen Ungarn geregnet hat. Ja, es war lieber, als wenn die Sonne geschieden hat. Und wie war das so bei euch? Hattet ihr so Rituale? Man sieht ja oft die Mannschaft im Kreis sich anfeuern. War das bei euch auch so? Eigentlich nicht. Ich kann mich nicht mehr zurückerinnern, dass das bei uns der Fall war. Wir sind halt auf den Platz gegangen und wollten gewinnen. Aber ja, das ist ja richtig so. Aber beim FCK weiß ich, das habe ich mal erzählt, als ich noch ganz klein war. Als du neu gekommen bist im Bus, dann musstest du praktisch die Hosen runterlassen und dann durfte jeder Klaps auf den nackten Po geben. Das war so beim FCK. Ja, das war vielleicht mal so. Ja, heute nimmer. Aber bei euch war es so. Ja, so ein bisschen. Darum, Jungs, so Klaps auf den Po. Das kann schon so ein bisschen motivieren. Wir wünschen euch hier aus dem Eckelt'sche Wohnzimmer viel Erfolg, dass ihr die Nordiren schlagt und dass wir Gruppenerster werden. Ja, aber das hoffe ich und wünsche mir das auch. Alles klar. Tschüss.